herzlich willkommen bei whisky.de dem treffpunkt feiner geister und heute habe ich ja mal wieder ein erdauer madeira cask zwölf jahre gebrannt 2012 in die flasche füllt 2024 mit starken 48,2 volumenprozenten nicht kühl gefiltert nicht gefärbt bei whisky.de zu einem preis von 79 euro 90 und dieser whisky hat jetzt ein ja eine kleine besonderheit die mich sehr freut und zwar ist es ein whisky aus einem nicht nur schaltjahr sondern auch von schalttag 2012 am 29 februar hat man diesen whisky gebrannt und 2024 am 29 februar hat man diesen whisky in die flasche gefüllt so haben wir hier ein ganz spezielle flasche die so ja eigentlich nur ganz ganz selten geben kann und ein schaltjahr wissen sie alle da gibt es den 29 februar und es liegt daran dass die erde nicht in 365 tagen einmal um die sonne läuft sondern in 365 tagen und 0,25 tagen ein 0,24 bisschen und so dass man sie nicht nur alle vier jahre in schalttag einführt sondern alle 1000 jahre auch noch mal ein und so also da ist es dann ja etwas so besonderes und da dieser whisky jetzt dreimal vier jahre greift ist also zwölf jahre im fass lag kann man zur abfüllung wieder auf das schaltjahr ich würde nur sagen das hat man mit fleiß gemacht es ist kein zufall überdauer gilt als scotland's little gem also das kleine juwel schottlands und früher trug es den beinamen schon das kleinste brennerei weil sie die kleinsten lizenzierten brennblasen hatten das ist heute nicht mehr der fall da gibt es andere die ihnen hier den rang abgelaufen haben und er der dauer war so erfolgreich oder ist so erfolgreich dass ihre brennerei glatt verdoppelt haben aus dem kleinen brennhaus haben sie nebendran jetzt ein größeres brennhaus gebaut allerdings die identischen nach den identischen plänen gefertigten brennblasen meshtan und so weiter damit eingebaut dass der geschmack von der dauer sich an dieser stelle nicht verändert also jetzt haben wir praktisch zwei kleine distilleries dort stehen von den potstills gesehen und hat auch weiß ich dutzend lagerhäuser dazu gebaut weil man einfach jetzt mehr whisky mit längerer reife zeit haben möchte und die ganzen operations von signatory vintage die dem eigentümer ebenfalls gehören dass man die da mit dabei haben will an einem fleck muss mich umeinander fahren macht ja sinn so madeira ach so madeira habe ich vor zwei jahrzehnten weiß ich ungefähr da habe ich mal madera besucht und habe da die bodega enrique und enrique besichtigt und da sind wir darauf in die berge gefahren zu den ja den reife lagern für den madera starkwein und was dort auffällt sind riesig große behälter aus rostfreiem stahl in dem der wein auf hohe temperaturen bis zu 70 grad erhitzt wird und umgewälzt wird damit er ja oxidiert das was früher ungewohnt oder ungewollt war das whisky whisky das wein oxidiert bei längerer schifffahrt hat man hier nun so gemacht dass der tatsächlich oxidiert und das ist eine besondere geschmacksrichtung und damit er trotzdem nicht schlecht wird wird er auch aufgespritte wie man das bei sherry und bei portwein und anderen starkweinen auch macht und da haben sie also hier zehn fässer von likörweinen portugiesischen likörweinen von madeira her genommen und es hat zusammen 3987 flaschen ergeben wir haben es also hier nicht mit dem single cask wie bei diesen flaschen üblich mit diesem etikett bei signature vintage hat man sehr sehr häufig aus dem selben hause häufig mit single cask zu tun hier hat man es mit einer batch zu tun und hier sind es nun zehn fässer mit 3900 flaschen und gibt damit einen etwas harmonisierteren geschmack der sich über mehrere fässer dann an dieser stelle ausgleicht am korken riecht er unglaublich fruchtig wie heißt er von heute fettfruchtig ja und ich habe ihn gerade schon für den englischen take probiert und der geschmack kann ich ihnen sagen war komplett ein anderer als das was man da so roch jetzt frage ich mich wie sehr man sich beim ersten probieren wo ich zwei kleine schlückchen genommen habe sich an diesen whisky gewöhnt dass der jetzt ein ganz anderes ganz anderen ersten antritt oder dritten antritt auf der zunge dann hat schauen wir mal ja jetzt hat er zu dieser extremen fruchtigkeit eine sehr sehr deutliche vanille und karamell note bekommen also hier merkt man die fässer ungemein dürften daran liegen dass diese fässer bei madeira nicht so vielfach verwendet werden sondern vergleichsweise kurz und damit dann noch deutlich mehr in den holzdauben an aromen übrig bleibt dass wenn man nun solche anführungszeichen barrik fässer und viele generationen oder viele jahre verwendet so ja im hintergrund ein leichte kühle vom alkohol zu spüren und eine leichte würze diese langsam erscheint im geschmack ergibt sich eine pfeffrige wurze richtig deutlich von diesen eichen fässern die richtige zunge rauf und runter läuft also da hat er sich zum ersten probieren nicht verändert im aroma ja im geschmack auf der zunge nein breite sich voll ja im mundraum aus die zunge zeigt sehr lange diese würzigkeit zusammen jetzt im nachhinein mit einer leichten süße die hoch kommt die wahrscheinlich von den überresten des portugiesischen madeira aus den fass wenn aus den poren der fasswände dann überbleibt ja dann ist da sowas wie ja für gewürzkuchen oder christmas cake also diese orange zitronat liebkuchen artigen mit nelken cardamom und ein haufen gewürzten gewürzte kuchen für weihnachten oder zu weihnachten diese gewürze bilden sich hier auch ab zusammen mit dem üblichen verdächtigen so dunkle früchte feigen datteln pflaumen russinen und 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 also da ist tief und viel drin also richtig kräftig richtig massiv und zu dem intensiven geschmack trägt sicherlich dazu bei dass etwa dauer mit die kleinsten brennblasen in schottland hat diese brennblasen also ein speichelfluss noch um diese brennblasen separieren den alkohol über eine lange säule nicht so deutlich so dass man mehr aromen stoffe mitbekommt und deswegen der whisky einfach aus kleinen brennblasen intensiver schmeckt das aus großen brennblasen so das soll es heute gewesen sein herzlichen dank fürs zuschauen